Hey und willkommen zur vierten Folge von Minecraft Chaos. Heute wieder mit dabei sind Stevie und Brando. Was sind da drin? Äh nichts. Steinbogen und Erde. Sau geil. Um die Burg zu verschönern. Hältst du da Creeper drin? Nein, doch nicht dazu aussprechen. Überleg, ob ich die Burg nehme. Ja, ist eigentlich ziemlich geräumig. Außer die Half Slaps. Der ist dann ein bisschen tricky. Wer? Die Half Slaps. Mach mal den einfach mal. Kuhl, Kohle, Leder. Alter, da oben gehst du noch weiter. Alter, da oben ist einfach ein Pilzbion. Also mit Pilzkuhnen. Alter, Junge. Ich frau mich die ganze Zeit, wo er war dumm rum. Ja. Warum Eier? Irgendwo hier. Keine Ahne. Ich würd's euch echt gerne sagen, aber ich weiß es selber nicht. ich brauche magnificent zu sein. Mario! Ah, da kann man Sachen verzaubern, sehr cool. Interessant, ja. Alex? Jo. Machst du mit oder machst du nicht mit? Aber... Beim Umlagern. Achso, ich habe mal meines eigenen Sachen hergelagert. Du lagerst auch? Du bist jetzt auch mit in der Burg, oder was? Nein, ich bin... Bist bei mir? Ich habe die Items, die da bei dir, aber die waren zu mir. Super. Ich weiß ja, wo meine ganzen Items weg sind. Alex klaut wieder einen. Nein, bei den Kisten. Ich weiß... Da hat keiner aufgenommen. Gibt es noch was zum abholen? Ja, ja. Es ist noch mehr als genug zum abholen. Ich baue auch für die Kisten ab, oder? Wenn du alles mitkriegst, kannst du das gerne? Ja. Jo, schauen wir mal. Bei deiner Insel ist man auch schon unheimlich geschaffen. Da ist ein Creeper! Ja, warte! Ja, warte! Alter, ich hätte... Junge! Oh! Du bist jetzt nicht mit meinem Item darunter gefallen. Ja doch! Ist jetzt nicht sein Ernst. Bist du unten aufgeschlagen, oder bist du komplett weggefallen? Ich bin unten aufgeschlagen, aber ich glaube, viele sind euch gefallen. Ahhhh! Ja, wenn du mich schlägst... Du bist nicht mit dem ganzen Iron und mit den ganzen Diamanten darunter gefallen. Nee, das ist da doch... Doch! Weil die Kiste, die du abgebaut hast, da waren ganze Diamanten drin. Ja, gut! Das ist echt bitter. Da war aber ein Iron drin, ich hab kein Eisen mehr! Hast du Eisen? Wie was? Hier! Bewegt dich mal hin und bring mal einen Eimer mit. Schnell, bitte! Warte, Gin! Ja, einen Eimer hab ich leider nicht. Einen Eisen? Eisen? Nein, dann müssen wir wieder zurücklatschen. Warte, ich lass mich gern noch einmal stehren. Nein, 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 nein! Ich brauch Eisen! Wir brauchen einen Eimer mit Wasser, und den hast... Der liegt dann wahrscheinlich da unten. Da unten... Da steht eine Truhe, und da steht ein Creeper. Warte, ich versuch's noch einmal. Verglücker. Nice. Nein! Nicht der Creeper! Wenn der Creeper explodiert, ist die Kiste weg. Mhm. Mhm. Ja. Er baut, er baut eiskalt die wertvollste Kiste bei mir ab und springt runter. Ja, du hast mich geschlagen. Ja, ja. Ja, sicher. Alter, ich hätt'n... Warum hast du überall ein Loch in deiner Insel? Weil ich da runter... Das da unten war meine Steinfarm, weil ich keine Steine hatte. Achso, okay. Und da war eigentlich Wasser vorher, aber das Wasser hab' ich abgebaut, weil ich's gebraucht hab. Er nimmt einfach die wertvollste Kiste und stirbt. Das ist... Sein Ernst. Ja, Diamanten sind auf jeden Fall keine mehr. Ja, ich hab' ja auch keine Diamant... Doch, ich hab' meinen Diamanten gelagert, aber... Boah! Die... Die Angle hat so verrückt gestoßen. Aber wie schon gesagt, ne? Ähm... Jeder Subi hat's verdient. Also... Das hab' ich schon so oft gesagt in der Zeit... Ab sofort, ab sofort lagere ich meinen Scheiß alleine. Ich hab' mir gedacht, das wär' ein Mob, weil die laufen auch immer so rum wie du. Jo. Ist noch irgendwas gesaved da unten, oder ist alles weg? So eine saucole Angel, ob ich noch schaue. Oh! Das Wichtigste vom Wichtigen! Ne Angel! Mit Schatten ist für mich! Ironie on point. Was hattest du alles im Inventar? Du hattest dein komplettes Inventar voll, oder? Genau, so ist es. Jo. Geil. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr die Runde gefahren hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch unbedingt bei den anderen zwei vorbei. Sie werden unten in der Kanalbeschreibung verlinkt sein. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!